Christina Henni könnte derzeit kaum glücklicher sein. Sie ist hochschwanger und freut sich bereits auf ihr erstes gemeinsames Kind mit Ehemann Luca Henni. Das bedeutet allerdings auch, dass sie beim Tanzen Abstriche machen muss. Denn daran, bei der Let's Dance Tour dabei zu sein, kann sie momentan einfach nicht denken. Aus verständlichen Gründen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine sichere Zusage als Tänzerin zur Tour geben, während die Planung bereits in vollem Gange ist, und wünsche daher meinen Kollegen und dem gesamten Team der Tour von Herzen alles Gute für die Let's Dance Tour 2024, schreibt Christina auf ihrem Instagram. Letztes Jahr durfte ich mit unserem kleinen Wunder die Tour erleben und mit ihr im Bauch tanzen, und ich freue mich dieses Jahr auf ein neues gemeinsames Abenteuer mit dir. Nämlich das Kennenlernen. Zum Glück zeigen Christinas Fans viel Verständnis für ihre Entscheidung. Unter dem Beitrag häufen sich bereits die positiven Kommentare. Du machst alles richtig, liebe Christina. Genießt die Zeit mit eurem Wunder. Kuschelt, was das Zeug hält. Diese Zeit kommt nie wieder zurück. Absolut verständlich. Und trotzdem wirst du so fehlen. Ist ja verständlich, dass du nicht mit auf die Tour gehst. Du brauchst Zeit für deine kleine Familie, und gerade die erste Zeit ist so wichtig. Über so viel Zuspruch dürfte Christina sich bestimmt sehr freuen. Leicht fällt ihr die Pause jedoch nicht. Es ist aber natürlich trotzdem ein bisschen wehmütig. Weil man all seine Kollegen und seine Freunde sieht, gesteht sie im Partnerinterview mit Luca gegenüber RTL. ... ... ...